ich probiere zum ersten mal snapchat also nicht wohl nur über die ganzen verrückten komischen ulkigen nichts aufsagenden sinnlos hallo baby du bist ja ein verdammter heißes teil hör sie auf diese frau zu belästigen sie gesichter Elfmeter oh shit so habe ich mir das aber nicht vorgestellt hör sie auf Boah, weißt du, was ich jetzt Bock hab? Nüßte! Ich und Kindes? Komm, lass uns gehen, Teddy. Weißt du, was ich immer nach Back hab? Das war's! Bis zum nächsten Mal.